Jetzt gibt es einen Einblick in die Werkstoffgruppe der Hybride, zu denen die Verbundwerkstoffe, die zellularen Werkstoffe oder auch Schäume genannt und die Naturwerkstoffe zählen. Der Fokus in diesem Video liegt dabei auf den Verbundwerkstoffen und den zellularen Werkstoffen. Die erste Gruppe, die Verbundwerkstoffe, können unter anderem nach ihrer Geometrie eingeteilt werden. Dabei unterscheidet man nach Faser, Schicht, Teilchen und Durchdringungsverbundwerkstoffen. Als erstes werden die Faserverbundwerkstoffe näher betrachtet. Diese bestehen aus dünnen Fasern und einer Matrix. Die Fasern sorgen für die nötige Zugfestigkeit. Dabei gilt, je dünner die Fasern, desto größer die spezifische Festigkeit, also das Verhältnis von Festigkeit zur Masse. Zum Einsatz kommen zum Beispiel Kohlefasern oder Glasfasern. Auf das Fasergeflecht wird dann die flüssige Matrix gegossen, die im Anschluss aushärtet. Sie gibt dem Verbund die Form und die nötige Druckfestigkeit. Sie kann zum Beispiel aus Polymeren bestehen. Ein wesentlicher Vorteil der Faserverbundwerkstoffe ist ihre gute spezifische Festigkeit und Steifigkeit. Für vertiefende Informationen zu Faserverbundwerkstoffen können die Videos im unten stehenden Link genutzt werden. Weit verbreitete Faserverbundwerkstoffe sind unter anderem Kohlenstofffaser verstärkter Kunststoff, der zum Beispiel für Prothesen, Fahrräder oder auch Autoteile verwendet wird. Und Glasfaser verstärkter Kunststoff, der für Isolatoren oder Rotorblättern von Windanlagen eingesetzt wird. Des Weiteren gibt es zum Beispiel noch Faserbeton, der unter anderem für Betonpfeiler oder Wände genutzt wird. Und Holzfaserverbundplatten, die für Möbel oder als Häuserdämmung verwendet werden. Weiter geht es mit dem Schichtverbundwerkstoffen. Sie bestehen aus mehreren Lagen, die zum Beispiel durch Kleben miteinander verbunden werden. Sie können weiter unterteilt werden in Schichtfolgen und Verbundgläser. Zu den Schichtfolgen gehören unter anderem die Verbundrohre. Die mittlere Schicht soll hierbei thermisch isolieren, wohingegen die innere und äußere Schicht die Stabilität und Witterungsbeständigkeit gegen äußere Einflüsse sicherstellen. Zum Beispiel gegen Schläge, Wasser oder Sonnenstrahlen. Verbundgläser bestehen aus mehreren Glasscheiben, die zum Beispiel mithilfe von Verbundfolien gefügt werden. Je nach Anzahl, Art und Dicke der verwendeten Glasscheiben und Zwischenlagen werden Verbundgläser als Sicherheitsglas, Schallschutzglas oder Brandschutzglas eingesetzt. Verbundgläser werden hauptsächlich in Luft-, Straßen- oder Schienenfahrzeugen verbaut. Zum Beispiel die Frontscheibe bei einem Auto. Diese haben gegenüber allgemeinen Glasscheiben den Vorteil, dass sie bei einem Unfall nicht in scharfe Glassplitter zerspringen. Bei der nächsten Verbundart, den Teilchenverbundwerkstoffen, werden verschiedene Materialien in Pulverform vermischt und anschließend zu einem Rohling gepresst. Dieser wird danach durch Wärmezufuhr gesintert, wobei nicht alle Ausgangskomponenten aufgeschmolzen werden, sondern die geschmolzenen Anteile sich wie ein Binder um die nicht geschmolzenen Partikel legen. Am Ende entsteht dann der fertige Verbundwerkstoff. Eine weitere Art, Teilchenverbundwerkstoffe herzustellen, ist ähnlich dem Sandkuchenbacken auf dem Kinderspielplatz. Hierbei werden entweder eine Pulverschüttung oder kleine Partikel, beim Sandkuchen der Sand, verwendet, die mit einer Bindephase, beim Sandkuchen das Wasser, zusammengehalten wird. Typische Binder können zum Beispiel niedrig schmelzende Metalle oder Polymere sein. Dadurch ist es möglich, Werkstoffe aus mehreren Ausgangsstoffen herzustellen, die mit anderen Verfahren nicht oder nur schwer verbunden werden können und völlig neue Eigenschaften erhalten. Anwendung finden die Teilchenverbundwerkstoffe unter anderem bei Gleitlagern, Zahnrädern oder Keramikzähnen. Bei dieser Art von Verbund kann zum Beispiel durch Einlagerung von Werkstoffen mit höherem Schmelzpunkt eine hohe Wärmefestigkeit erreicht werden. Die letzte Verbundart sind die Durchdringungsverbundwerkstoffe. Bei diesen Verbundwerkstoffen wird ein poröser, metallischer oder keramischer Grundwerkstoff, zum Beispiel ein gesintertes Bauteil, in ein flüssiges Metall gedrängt, das die Poren ausfüllt. Diesen Vorgang nennt man auch infiltrieren. Zur Anwendung kommt diese Art von Verbund zum Beispiel bei selbst schmierenden Gleitlagern. Zu den Hybriden zählen das weitere Werkstoffe mit zellularem Aufbau. Meistens werden mit diesen zellularen Strukturen Schäume in Verbindung gebracht, welche sich in flüssige und feste Schäume unterteilen lassen. Im Maschinenbau sind besonders die festen Schäume von Bedeutung. Diese bestehen aus kleinen Gasbläschen, die durch feste Wände getrennt sind. Bedingt durch die spezielle Struktur besitzen Schäume eine geringe Masse, eine geringe Festigkeit sowie eine geringe Steifigkeit. Je nach Grundwerkstoff sind ihre spezifische Festigkeit und Steifigkeit der mancher Vollmaterialpolymere ähnlich. In den meisten Fällen werden Schäume als sogenannter Sandwichverbund verbaut. Diese Verbundart nennt man Integralschaum. Die Schaumschicht wird dabei durch zwei äußere Deckhäute geschützt. Als Schäume kommen dabei zum Beispiel Aluminiumschaum oder Polyurethanschaum zum Einsatz. Aluminiumschaum wird beispielsweise als Schwingungsdämpfer bei Maschinen verwendet. Außerdem wird er aufgrund seiner geringen Masse und seiner geringen Steifigkeit als Aufprallschutz in PKWs verbaut. Die Energie bei einem Aufprall wird absorbiert, indem die Zellwände in die Zellinnenräume kollabieren. Dadurch bleibt die Fahrgastzelle intakt. Polyurethanschaum wird hingegen bei Fahrradzetteln, als Häuserdämmung oder als Schallschutz eingesetzt. Zu den zellularen Strukturen gehören aber auch andere Strukturen, unter anderem die Bienenwabenstruktur. Diese besteht aus einem Stützkern in Wabenform. Genauso wie bei den Integralschäumen wird auch die Wabenstruktur bei praktischen Anwendungen von zwei Deckhäuten umbaut, die so zu einem Sandwichverbund zusammengefügt sind. Bienenwabenstrukturen sind aufgrund ihres Aufbaus sehr leicht, zeigen aber trotzdem einen großen Widerstand gegenüber Biege- und Zugbeanspruchung. Anwendungen finden die Bienenwabenstrukturen vor allem im Leichtbau, zum Beispiel bei Schiffsrümpfen, Surfbrettern, Tragflächen von Flugzeugen, aber auch bei Verpackungen. Die einzelnen Schichten bestehen je nach Anwendung, zum Beispiel aus Kunststoffen, Metallblechen, Faserverbundwerkstoffen oder auch Pappe. Hier noch einmal alles zusammengefasst. Unter sogenannten Hybriden werden Verbundwerkstoffe, zellulare Werkstoffe und Naturwerkstoffe zusammengefasst. In diesem Video wurden die Verbundwerkstoffe und zellularen Werkstoffe näher erläutert. Zu den Verbundwerkstoffen gehören zum Beispiel Faserverbundwerkstoffe oder gesinterte Werkstoffe. Zu den zellularen Werkstoffen zählen unter anderem die Schäume. Verbundwerkstoffe profitieren im Allgemeinen von einer hohen spezifischen Steifigkeit und Festigkeit. Sie werden daher vor allem im Leichtbau verwendet. Schäume kommen dort zum Einsatz, wo Energie absorbiert werden muss. Als Sandwichstruktur zeigen sie eine gute spezifische Steifigkeit und Festigkeit und sind daher ebenfalls im Leichtbau ein fester Bestandteil. Hybride kombinieren also die unterschiedlichen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe und bilden damit eine neue Werkstoffgruppe mit eigenen neuen Eigenschaften. Schäume 2. Vielen Dank.